Und wenn ich sage, ich hab's für uns getan? Bis sie spurlos verschwindet. Glauben Sie, dass man das überleben kann? Iris Bergen. Angst. Peter Simonischek. Deine Liebe ist mir scheißegal. In Gott schützt die Liebenden. Mittwoch, 20.15 Uhr im ZDF. Sie ist eine der schlimmsten Kirchen in Deutschland. Symbol für Frieden und Versöhnung zwischen den Völkern. Die Dresdner Frauenkirche, die seit acht Jahren Schauplatz der adventlichen Festmusik im ZDF ist. Seit drei Jahren finden diese Konzerte im wiedereröffneten Gotteshaus statt, das mit seiner barocken Pracht täglich tausende von Besuchern in Staunen versetzt. Freuen Sie sich auf stimmungsvolle Bilder und Musik im Adventskonzern 2008, bei dem heute die Klassikstars Elina Garantza, Anja Hateros und Jonas Kaufmann zu Gast sind.